Musik Geschminkt und alles, aber ich tritt immer. Jetzt ist es leider so, weil ich hier nichts mache. Wie lange haben die überlebt, dass die Bauchfrau kommen, und die Nullesstimmung halt auch weiter. Hm. Moment. Wedel, wedel. Oh, küsse ich. Oh, ich komme sehr gerne hierher und bin auch immer sehr gerne. Und ich finde das toll, dass das auch in der Form ausgerichtet wird. Wir haben das ja hier alles sehr gemütlich und man ist ja auch in absehbarer Zeit. Sie haben wenigstens schlauerweise den Mantel ab. Es gefällt das Gleiche. Einmal noch für mich, bitte schnallen. Dankeschön. Es geht. Es geht. Sie haben sich ja auch unter uns runter drauf gemacht. Verraten. Nix. Verraten. Nix. Nein. Nicht mal eine Unterhemdung. Was? Nein. Es ist ganz nackig. Ist das so? Vielleicht war ich ja auch nicht eingeladen. Aber nicht nur eingeschwuggelt. Das ist ja noch nicht aus. Aber hier können Sie gleich im Sommer waren Sie schon hier in einem Erdpreis bekommen. Ja. Jetzt wieder hier. Sie kommen gerne hierher, oder? Ich komme gerne, auch wenn ich nichts kriege. Heute kriege ich nichts. Wie fühlt es sich an, wenn man hier auf dem Teppich ist? Bisher freuen Sie sich auf den Teufel bei den Oscars jetzt? Bei den Oscars auf einer Skala von 1 bis 10? Ja. 10. Nur 10. Ja, 10. 10. Ich hoffe, dass er genauso lang ist wie bei den Golden Globes. Das war sehr beeindruckend. Und Sie hoffen wahrscheinlich, dass es wärmer ist als hier, oder? Let's match it. Let's match it. Das ist normal. Ja, wie ist das für mich? Wie fühlt sich das an? Ich glaube, die Leute sagen mir, das ist der wichtigste Film von der Welt. Ist das so? Man glaubt es, ja. Also die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja. Was kommt danach? Was kommt danach? Ich war wahnsinnig aufgeregt damals. Echt? Ich bin sehr froh, dass ich jetzt nochmal die Chance habe, nach zwölf Jahren etwas mehr entspannt und ruhiger zu sitzen. Und das ist super schön. Wie ist denn das, Herr Koch? Sie wissen es. Wie ist denn das? Bereitet man sich auf sowas vor? Da ist es auch so ein Teppich oder so? Oder ist es nicht der Flow ist dahin? Ja. Wenn man da aus dem Auto aussteigt, dann ist es unten so ein reiner Rausch, oder? Ja. Dann muss man sich da vorbereiten. Das schick jetzt an. Dann kommt dann irgendwie den Atem runterkriegt und versucht es zu genießen.